Wenn du zu Begur kommst, musst du zu dieser Bar La Janete kommen. Es ist eine sehr schöne Spiel, sehr guter Service. Die Leute sind gut, es ist voll, gute Qualität, das Essen ist gut. Komm hier, ja? Okay, wenn ihr wieder mal hier in Begur seid, dann kommt zur Bar La Janete. Es ist eine klasse Bar, also der Serviceglue. Die Leute sind super nett. Seht, wo ein gutes Preis und Leistung ist, da kommen die Leute auch gerne hin. Seht, da kommen die Leute, da sind. Voilà, ich bin in der Bar La Janete. Super in Begur. Komm hier. Ich bin hier. Ich habe mein Espresso gemacht. Es ist genial, hier in der Bar La Janete. Es ist gut zu kommen. Wir gehen jetzt in Begur. Wir gehen mit uns. Schauen wir mal zusammen, was wir hier in Begur entdecken können. Ich bin auch das erste Mal in meinem Leben hier in Begur. Wir gehen zusammen. Wir gehen zusammen. Wir gehen hier in Begur. Es ist die erste Mal für mich hier. Es ist schon sehr schön. Wir gehen jetzt an Begur. Es ist die erste Mal in Begur. Wir gehen zusammen. Ich sehe die Gusta. Das und Like. Das ist ein Subscriptional-Kanal. Wenn ihr das mögt, die Videos gebt ein Like. Macht ein Abonnement. Das ist kostenfrei. Ihr helft mir bei der Videoarbeit damit. Ihr könnt auch eine kleine Spende machen, könnt ihr unten sehen. Es gibt einen Link im Kanal. Voilà. Si ihr mögt die Tour. Fahne ein Like. Eine Subscribeion auf den Kanal. Und compartir das Video. Ihr könnt auch eine Donation geben. Das hilft mir viel. Für Filme für euch. Ihr könnt ihr einen Like. Hade eine Subscribeion. Und wir fahren zusammen. Die Subscribeion hilft mir von euch zu filmen. Vamos a ver ein wenig, wo wir gehen. Ich liebe viele Straßen. Ich liebe viele Worte, aber vielleicht gehen wir hier, hier. Ja, ja. Ich liebe diese Worte. Lass uns hier gehen. Jetzt gehen wir hier lang, weil es sieht schön aus. Oh, wo ist sie? Trätschst du die Brühe? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie ist die Leben in Bego? Wie ist die Leben in Bego? Ja, sehr gut. Wie ist es? Ja, sehr gut. Ja, sehr klein. Sehr gut. Die Leute sind sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. De nada. Wie ist dein Unternehmen hier? Nein, ich habe zwei oben. Ok, ich habe einen YouTube-Kanal. Busch eine Walking Tour Jansá? Ah, ja. Ja, ja. Wie bist du Walking Tour Jansá? Ja, ja. Wie ist es? Ja, ja, ja. Ich bin hier, ich bin hier. Ah, perfekt. Genial. Ciao. Guten Tag. Sehr guter Mann. Er hat gesagt, es ist eine sehr... Sie wissen, ich muss eine Promotion für meinen Kanal auch. Es ist eine sehr konzentrale Stadt hier. Wir haben hier alle Dinge zusammen. Ein wilder Lifestyle. Und... Let's go further. Nice guy. Und er hat gesagt, ein schöner Lifestyle. Er hat mir gesagt, es ist wirklich klasse hier. Also es konzentriert alles zusammen. Wunderschön. Und... Ein schönes Leben. Wie ihr seht hier. Voilà. Monsieur m'a gesagt, c'est tout concentré. La ville de Begour. Es ist wirklich klasse. Sieht ihr hier. Klasse. Können wir uns ensemble? Ja. Ja. Und hier ist es auch sehr schön. Genau. Wauw. Das wäre echt schön. Das wäre schön. Das wäre schön schön. Das wäre schön. Ich möchte die ganze Zeit. Die Kapp ist weg. Es gibt viel Wind. Es ist wie das. Ihr könnt es sehen. Ein bisschen mehr. Es ist ein richtiger Wind heute hier. Ich hoffe, das Mikrofon ist gut an, dass es nicht zu starkes Rauschen ist. Oh wow, wow, very nice. Oh wow. 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 A 30 metrometer. Und 3 m de profund Kitta. » Wie ist die Leben in Begur? Ist es gut hier? Ich bin sicher, wir sind nicht hier, aber ich bin sicher, dass es ja. Warum? Warum denkst du, dass die Leben gut hier ist? Weil es ein schönes Leben, tranquilo und man muss sich sehr gut leben, sicher. Ich denke auch, vielen Dank. Ich fragte den Mann, wie sieht die Leben in Begur in Begur. Er hat gesagt, er ist nicht von hier, aber er hat gesagt, es ist peaceful, es ist quiet, wie kann die Leben nicht gut hier sein? Wie kann die Leben gut hier sein? Wie ist die Leben gut hier in Begur? Ja, es ist gut hier. Wie ist die Atmosphäre? Oh, der Perug. Oh, der Chef. Oh, der Chef. Look, look, we have to see, this is the bus. Hey, der Chef. Der Chef, der Chef. Hallo, der Chef ist hier auch. Also ist die Leben tranquille hier? Ja. In verano gibt es mehr Menschen, aber in verano nicht. In verano ist es sehr tranquille. Okay. Sehr tranquille in verano. Und mit der Covid ist alles gut? Ja, hier haben wir gut hier. Hier haben wir gut hier. Hier haben wir sehr gut. Hier haben wir viele Menschen, aber nur wenige. Aber nur wenige. Ja, wir haben wir angefangen zu vacunieren. Wie ist es? Wir haben wir jetzt die Vacunung. Wir haben jetzt die Vacunung. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt die Vacunung. 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 Hier haben wir gut. Wir haben die Vacunung. Wir lernen. Wir lernen. Ich kann auch die Pläne ein bisschen umsetzen, um die Pläne zu verändern. Und die Ronda-Ronda-Walken, die sehr schön sind. Die Straßen, die die Städte über die Städte übernommen. Bis zum Kalarello? Ja, auf verschiedene Städte. Sehr gut. Ist es leidens von hier? Ja, es leidens. Unser 20 Minuten, 25 Minuten. Sehr gut. Vielen Dank für die Informationen. Sehr gut. Ihr könnt euch den Kanal sehen. Du kennst ein bisschen Englisch? Walking Tour. Tu tienes tu móvil. Ah, tu tienes tu móvil. ¿Quieres ver? Vamos a hacer juntos. Tu también. La jefa es ella. La jefa es abajo. Vamos en YouTube. En YouTube? Si. Y como se llama? La jefa. Vamos filmando la jefa. Walking Tour. Walking. Walking Tour. Lianza, por ejemplo. Lianza. Ah, Lianza. Lianza. Con S? Lianza. 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 ¿Tú conoces Lianza? La ciudad. Sí, pero en catalán va con... Ok. Vamos a ver. Aquí está. Tú vas aquí. Ah, vale. O la jefa se ha ido. Vamos con él. La jefa se ha ido. Y tú vas aquí. Suscribo es gratuito. La Lila. Me haces un like. ¿Esta noche me dices cómo estuve? Muy bien. Sí, tú estás dentro esta noche. Muchísimas gracias. ¿Tú también? Sí. Si tú tienes tu móvil, tú estás dentro también. Sí. La Lila. La Lila. La Lila. La Lila. La Lila. La Lila de Begur. Ahora estamos al final del premier partido del video de Begur. Das un like. Haz una suscripción. Feliz día. Have a joyful day. Habt un wunderschönen tag. Au revoir. Adiós.